Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Wir kommen zur heutigen Marktübersicht. Die Newslage war heute relativ überschaubar wieder. Ich komme hier mal zu ein paar Wirtschaftsdaten, die wir heute bekommen haben. Und zwar stand der Tag in den USA heute ganz in dem Zeichen der sogenannten Non-Farm-Payrolls. Das heißt, das sind die neuen Arbeitsplätze, die außerhalb der Landwirtschaft geschaffen werden. Das ist immer ein ganz wichtiger Indikator, weil das eben die Robustheit des Arbeitsmarktes ganz gut darstellt. Die waren heute etwas schwächer, als sie erwartet wurden. Die Erwartung lag bei 490.000, kam rein mit 431.000. Insgesamt allerdings war das erste Quartal deutlich besser als die Erwartungen. Also der US-Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust. Was man auch an der Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent sieht. Die ist niedriger als erwartet war. Da war erwartet worden 3,7 Prozent. Was auch aufgefallen ist, dass die Stundenlöhne wieder gestiegen sind und insgesamt das ganze Thema Inflation jetzt immer, ich sage jetzt mal, wildere Züge annimmt. Man sieht es ja jetzt auch bei uns in Deutschland. Wir bekommen jetzt immer mehr Meldungen, vor allen Dingen auch von Supermärkten und von Discountern, die hier teils drastisch die Preise erhöhen, teilweise auch jetzt schon mehrfach in diesem Jahr die Preise erhöht haben. Also ich denke, das ganze Thema Inflation und damit eben auch verbunden das Thema Zinserhöhungen und dann am langen Ende eventuell auch eben das Thema Rezession, das wird uns jetzt heuer so als treibender Faktor begleiten. Da müssen wir wirklich darauf achten, weil das kann auch mal ganz schnell Ausmaße annehmen, wo es dann für die Börsen durchaus spannend und vor allen Dingen auch bedrückend wird. Also soweit die Nachrichtenlage heute überschaubar. Die Meldungen waren auch überschaubar und wie gesagt, den Arbeitsmarkt in den USA, den haben wir gerade unter die Lupe genommen. Kommen wir zum stärksten und schwächsten Titel des Nasdaq 100 des Tages und da sehen wir, dass heute China Tech vor allen Dingen sehr, sehr stark war. Wir sehen, auf Platz 1 waren NetEase, auf Platz 2 Baidu, auf Platz 3 Pinduoduo, auf Platz 4 hatten wir dann Atlassian Corporation und auf Platz 5 Dexcom. Die schwächsten Titel des Tages waren auf Platz 1 Qualcomm, auf Platz 2 Old Dominion Freight, auf Platz 3 CSX Corporation, auf Platz 4 Micron Technology und auf Platz 5 Applied Materials. Die Charts des Tages, wir beginnen mit der Volatilität, die ist heute relativ unverändert geblieben. Wir sind ja gestern knapp über die 20 wieder gestiegen, sind jetzt heute hier am Simple Moving Average 200, also an der klassischen 200-Tageslinie hier abgeprallt. Die verläuft in etwa bei 20,7, aktuell sind wir bei 20,3. Also ich muss sagen, die Märkte haben ja heute ein bisschen korrigiert, aber da muss man schon sagen, das sind ganz andere Verhältnisse, als wir sie hier in der Ukraine, ja kann man es Ukraine Crash nennen, ich nenne es jetzt mal Ukraine Korrektur, gesehen haben. Da ist die Volatilität ja wirklich nach oben galoppiert, aktuell ganz anderes Bild. Die Märkte verkaufen viel zarter ab, sage ich mal, man merkt einfach, dass die Bären, also die Verkäufer, ordentlich auf die Mütze bekommen haben die letzten Wochen und da sind die wesentlich zaghafter. Also hier von neuem Crash oder sowas zu sprechen, wäre wirklich ein Quatsch. Wir haben jetzt hier einen ganz entspannten Abverkauf, eine kleine Korrektur, die ja durchaus auch sehr willkommen war und jetzt bleibt es hier abzuwarten, wie sich die Volatilität verhält. Aber grundsätzlich sieht das jetzt hier mal sehr, sehr gut aus im Moment. Der DAX hat heute sogar ein kleines Plus generiert von 0,6 Prozent jetzt auf Tagesbasis. Wir sind heute wunderschön an der 20-Tageslinie getragen worden, sind jetzt hier, ja wenn man möchte, in so einer kleinen Dreiecksformation hier zwischen den 14.350. Da verläuft ja auch das 50er Retracement seit dem All-Time-High zum Tief und hier sind wir so ein bisschen eingezwickt jetzt in dem Downtrend und hier dem 50er Retracement und auch hier der 20-Tageslinie. Also das sieht momentan noch alles ganz freundlich aus, aber auch wenn wir im DAX jetzt noch ein bisschen abverkaufen sollten, hier runter auf die 13.900 oder sogar wenn es noch ein bisschen drunter gehen sollte, wäre das alles noch im Rahmen einer normalen Korrektur, dass wir einfach hier diesen extremen Anstieg ein bisschen auskorrigieren. Absolut entspannt die Lage. Neue Long-Positionen wäre ich jetzt im Moment noch vorsichtig, da würde ich wirklich abwarten, bis wir hier dauerhaft oder konstant wirklich mal diesen Downtrend brechen und halt nicht nur so auf Basis von so einem Fake-Out, wie wir es hier Ende März gesehen haben, also am 29. und genau, also da würde ich jetzt erstmal abwarten, ob wir hier noch ein bisschen abverkaufen oder halt dann eben wirklich diesen Downtrend endlich mal brechen. Der S&P 500 korrigiert auch, aber alles sehr, sehr sanft und vor allen Dingen muss man schauen unter sehr, sehr niedrigem Volumen. Also wir haben jetzt hier den Abverkauf die letzten drei Tage und die Volumenkerzen waren wirklich mickrig. Also das ist so, da sollte man auch immer darauf achten, wie stark ist das Volumen beim Verkauf und dann kann man schon so in etwa absehen, ob die Verkäufer wirklich Lust haben, den Preis nach unten zu drücken oder ob das letzten Endes eigentlich ein paar Gewinnmitnahmen sind, die da aktuell passieren und ich denke tatsächlich eher, dass wir es hier mit entspannten Gewinnmitnahmen zu tun haben. Die Zone, die jetzt typischerweise hier für diese Korrektur geeignet wäre, das sind wir jetzt zwar noch nicht. Aktuell sind wir jetzt heute am 23er Fibonacci abgeprallt, also an der 236. Das wäre so eine sehr, sehr milde Korrektur, die dann eher wieder für einen weiteren Impuls sprechen würde, der allerdings natürlich nicht mehr so krass ausfällt wie dieser erste lange Impuls, sondern dann in der Regel eher etwas kürzer. Ich bin jetzt hier gespannt, ob wir hier noch ein bisschen abverkaufen. Grundsätzlich wäre es schön, wenn wir hier mal die 38er bis 50er Zone anlaufen. Das wäre so zwischen 4436 und 4373. Aber auch aktuell, wenn wir jetzt das Niveau hier halten, ist es grundsätzlich in Ordnung, weil dann haben wir einfach noch eine kleine Aufwärtsbewegung vor uns, die wir dann allerdings irgendwann definitiv mal ordentlich auskorrigieren müssen. Grundsätzlich ist der Markt zurzeit sehr, sehr robust und freundlich. Und ich hatte es ja gestern auch schon gesagt, der April gilt historisch als tatsächlich der beste Börsenmonat. Also wenn man sich auf die Historie verlassen will, da könnte man sagen, wir haben jetzt wirklich vier schöne Wochen vor uns. Allerdings kann es jetzt auf jeden Fall am Anfang noch ein bisschen rumpeln, dass wir hier vielleicht eine kleine Korrektur noch sehen. Das wäre aber mittelfristig durchaus positiv. Der Nasdaq, gleiches Bild. Natürlich diese Impulsbewegung, die wir jetzt gesehen haben seit dem Tief. Jetzt haben wir hier oben perfekt wirklich in der Golden Zone. Man muss sagen, der Nasdaq ist hier technisch wirklich absolut einmalig, weil er eben ein bisschen schwächer unterwegs war als der S&P 500. Das heißt, wir haben hier im Nasdaq diese goldene Zone und vor allen Dingen den goldenen Schnitt hier oben am Ende der roten Box. Das war bei 15.300 Punkte. Hier wäre das 61er Fibonacci gelaufen seit dem All-Time-High zum Tief und dann eben hier hoch das Fibonacci. Das haben wir gar nicht ganz getroffen, aber das macht nichts. Wir haben hier wirklich perfekt in dieser roten Box jetzt eben gedreht, korrigieren jetzt ab, haben heute die 100-Tageslinie und die 200-Tageslinie hier getestet, sind jetzt da aktuell. Und grundsätzlich müsste man sagen, ja, wir haben jetzt auch hier perfekt wie im S&P 500 genau auf dem 23er Fibonacci aufgesetzt seit dem Tief zum Hoch. Das habe ich hier eingezeichnet und dann haben wir hier praktisch unsere Marken für die Korrektur. Wenn es jetzt das hier schon war, dann ist es sehr, sehr bullisch und wir haben es nochmal mit einer weiteren kleinen Aufwärtsbewegung danach zu tun, die allerdings eben auch nicht so ausgedehnt läuft wie die erste in aller Regel, sondern dann eher wie so eine auslaufende Welle wäre. Und dann müsste man praktisch von hier oben korrigieren. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen im Auge behalten, wie wir uns hier um die 14.700 Punkte verhalten. Wenn wir hier nochmal drunter gehen, dann wäre so die eigentliche Korrekturzone, falls ihr euch die Marken aufschreiben wollt, wäre 14.386 bis runter auf 13.800. Das wäre so die Gegend, wo wir hier richtig typisch dann korrigieren würden und dann wirklich Kraft hätten für einen großen neuen Aufwärtstrend. Wenn es jetzt das hier schon war, dann können wir uns hier noch auf eine kleine Aufwärtswelle einstellen. Alles in allem, aber sehr, sehr freundliches Bild und wie gesagt, die Verkäufer sind sehr, sehr schwach. Auch hier im Nasdaq sehen wir gerade schon wieder abfallendes Volumen in den letzten drei Tagen. Also wir haben es jetzt hier nicht mit einem neuen Crash zu tun, sondern eher mit Gewinnmitnahmen. Ja, auch bei Apple ähnliches Bild. Wir haben es hier oben fast geschafft, die Oberkante des Aufwärtstrends hier, beziehungsweise dieses Trendkanals zu berühren. Wir haben es nicht ganz geschafft, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Im Endeffekt, es war hier ein sensationeller Rand. Ich habe es gestern nochmal gegoogelt. Es war der beste Aufwärtsrand seit 2003. Also da gab es noch nicht mal iPhones. Da war das letzte Mal, dass Apple so einen fantastischen Aufwärtstrend hingelegt hat, wie wir jetzt gesehen haben. Auch hier ähnliches Bild. Die Märkte sind heute wirklich sehr, sehr einheitlich. Wir sind jetzt hier auch genau beim 23er FIBO. Also der S&P 500, der Nasdaq und Apple sind aktuell parallel am gleichen FIBO-Retracement seit dem Tief zum Hoch hier im 23er. Wenn es das schon war, wie gesagt, dann greift man hier wahrscheinlich mal so diesen Aufwärtstrend an. Wenn es ganz nochmal extrem kommt, vielleicht sogar die All-Time-Highs bei 182 Dollar. Und ansonsten, ich habe es jetzt mal richtig eingezeichnet, wäre die eigentliche Korrekturzone bei Apple, falls wir wirklich jetzt eine schöne Korrektur bekommen, so zwischen 168 Dollar und 161 Dollar. Ich würde hier allerdings darauf tippen, dass selbst wenn es jetzt hier noch weiter runter geht, der Markt ist zurzeit so bullisch auf Apple, dass wir könnten eigentlich dann schon froh sein, wenn wir hier es überhaupt bis zum 38er schaffen, so zwischen 38er und 50er Retracement. So ich sage mal 166 Dollar wäre dann auch ein Punkt, wo ich mich definitiv auch wieder long positionieren würde, weil Apple möchte man zurzeit einfach auf jeden Fall im Depot haben, weil es eine extrem starke Aktie ist. Ich werde morgen auch eine eigene Aktienanalyse zu Apple machen, die gehört einfach dazu, zum Kanal. Und dann kommt morgen ein separates Video von Apple dazu. Der Bitcoin, ja, was soll man sagen, technisch wirklich zum Verlieben. Also wir haben ja hier die Korrektur gesehen am Hoch des Preiskanals, den ich eingezeichnet hatte, hier auch parallel mit dem Simple Moving Average 200, also der 200-Tageslinie, haben hier abverkauft auf die 44.444 Dollar. Knapp drunter haben hier die exponentielle 200-Tageslinie heute berührt und eben hier diesen Support, den ich eingezeichnet hatte, das hier die ganze Zeit Widerstand war, haben wir heute schön als Support genutzt und sehen hier wirklich eine sensationelle Kerze wieder beim Bitcoin. Also da haben wir jetzt seit dem Tief des Tages schon wieder 6% plus im Bitcoin. Bleibt jetzt abzuwarten, ob es das hier wirklich schon war mit dieser Zwischenkorrektur. Falls es das war, würde ich mich festlegen, dann brechen wir hier definitiv fulminant aus aus diesem Trendkanal. Aktuell kämpfen wir gerade mit dieser 38er Fibonacci-Marke. Die verläuft bei 46.712. Da sind wir jetzt wieder abgeprallt und knapp drunter. Insgesamt ist beim Bitcoin aber auch noch alles im grünen Bereich, also sehr, sehr bullisch. Und wie gesagt, dieses übergeordnete Szenario, dass ich jetzt eher davon ausgehe, dass wir hier eine neue Welle sozusagen, also die Welle Dora jetzt in dem Fall hier begonnen haben, die uns dann im Extremfall hier hochführen würde bis auf 64.000 US-Dollar. Das bleibt jetzt abzuwarten, aber ich bin nach wie vor sehr, sehr guter Dinge, dass wir im Bitcoin in den nächsten Wochen sehr, sehr Positives zu vermelden haben werden. Gold? Ja, jetzt ist es passiert. Wir haben jetzt wirklich hier den Aufwärtstrend gebrochen und haben ihn heute auch als Widerstand backgetestet und sind wirklich abverkauft an diesem Aufwärtstrend. Gold zu shorten, ich weiß nicht, das ist so eine Sache, kann man machen, wenn man das wirklich möchte. Wenn dann wäre jetzt hier dieser Bruch, dieser Zwischentiefs hier so in etwa bei 1915, wenn wir da drunter brechen, dann könnte man Gold hier mal runtershorten bis auf 1890 Dollar. Wenn wir das wirklich auch brechen, dann gehe ich davon aus, dass wir bei Gold einen tieferen Abverkauf sehen, hier runter auf 1840 oder gar 1813. Aber ich wäre mit dem Short hier vorsichtig einfach. Die Zeit war jetzt, und wenn es dann wieder mal kippt und wir bekommen irgendwelche schwierigen Meldungen, dann ist Gold sofort wieder gefragt. Ich würde mir das jetzt hier einfach mal ganz entspannt anschauen. Lieber würde ich darauf warten, ob wir wirklich ein bisschen abverkaufen. Dann könnte man sich hier unten vielleicht sogar noch mal ein bisschen long positionieren im Gold. Ich wäre jetzt da eher vorsichtig aktuell. Aber dieser unmittelbare Long Trade, wie man jetzt hier schön sieht, da haben wir jetzt wirklich drei, vier Tage mit diesem Aufwärtstrend gekämpft. Gestern wurde jetzt im Endeffekt gebrochen, ja eigentlich schon die Tage davor. Wir hatten ihn gestern kurz zurückerobert. Aber heute gehe ich jetzt wirklich mal davon aus, dass wir ihn hier bestätigt haben als neuen Widerstand. Und in der Regel hat man es dann mit einem Trendbruch zu tun. Wenn wir jetzt hier auch ein neueres Tief generieren, dann hätten wir hier ein Hoch. Kann man das mal kurz einzeichnen hier. Dann hätten wir hier praktisch ein Hoch gesehen. Hier ein Tief. Jetzt hätten wir hier ein tieferes Hoch. Wenn wir jetzt hier irgendwo das tiefere Tief dann bekommen, ergo unter diese Golden Zone brechen, irgendwo hier bei 1870, dann wäre der Trend sozusagen umgekehrt. Und wir hätten es mit einem zwischenzeitlichen Abwärtstrend zu tun. Bleibt jetzt zu beobachten hier. Bei Gold. Öl. Ähnliches Bild. Und Öl kämpft jetzt hier gerade noch mit dem Aufwärtstrend. Also als ich vor ein paar Minuten geschaut habe, waren wir gerade noch drin. Jetzt sind wir wieder drunter. Wir kämpfen hier hartnäckig mit der 50-Tages-Linie, die uns ja hier wirklich seit 15. März, also seit knapp oder gut über zwei Wochen hier trägt und hier wirklich uns sozusagen diesen Aufwärtstrend rettet. Die haben wir jetzt heute das erste Mal ziemlich deutlich unterschritten und kämpfen jetzt aktuell gerade mit ihr. Wenn wir hier die 99 Dollar, also wenn wir jetzt wirklich mal so einen Schluss bekommen auf Tagesbasis unter 100 Dollar und dann wirklich hier klar ist, dass wir diesen Aufwärtstrend auch brechen und den vielleicht morgen dann nochmal backtesten als Support, als Widerstand, also praktisch von unten die 50-Tages-Linie anlaufen und dann abprallen. Bei Öl würde ich mich dann tatsächlich mal einen Short trauen, weil Öl ist jetzt auch, sage ich mal, politisch ein bisschen unter Druck gesetzt worden, eben durch die USA, die hier diese strategischen Reserven freimachen, wo es zwar heißt, dass die im langen Ende vermutlich sogar eher den Ölpreis in die Höhe treiben, aber kurzfristig auf jeden Fall den Ölpreis mal runterdrücken. Also insofern, wenn wir hier wirklich einen Schluss, einen Tagesschluss heute bekommen, unter dem 50-Tages-Schnitt und den morgen dann als Widerstand backtesten, dann werde ich hier mal, das würde dann in etwa so aussehen, wir würden hier bleiben, vielleicht morgen nochmal kurz steigen und dann abverkaufen. Und wenn wir dann dieses Zwischentief morgen brechen, dann würde ich mich hier vermutlich Short positionieren und einfach mal schauen, wie weit mich die Reise trägt. Ich würde hier aber nicht zu spektakulär werden und mich dann auch sehr, sehr knapp wieder ausstoppen lassen nach oben. Aber das würde ich mir dann vermutlich mal auf der Short-Seite anschauen. Wir hatten diesen starken Anstieg, wir hatten hier oben den Gipfel und Öl hat dann die Angewohnheit, erstmal hart zu korrigieren, was ja dann auch diese Harmonik-Bewegung ausbauen würde. Und wenn wir dann wirklich hier unten irgendwo das 886 oder wenn es nur das 786 ist, wenn wir es anlaufen, dann wäre das hier durchaus ein schöner Short-Trade. Jawohl, das war es mit der heutigen Marktübersicht. Ich bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit. Schau wie immer in die Videobeschreibung, da findest du den Zugang zu unserem 10x Trading Discord. Lass dem Video ein Like da, einen schönen Abend und ciao.